Willkommen im Magazin am Freitag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was den anderen Bundesländern Rockfestival wie das Nova Rock oder Frequency sind, ist den Oberösterreichern eine ganz andere Art von Musikfestival. Keine ohrenbetäubenden, verzerrten Gitarren oder meterhohe Verstärkertürme machen hier die Musik, sondern einzig und allein Lippen und Luft. Beim bereits legendären Woodstock der Blasmusik fanden Iris Pohl und Jürgen Steyer etwas Besseres. als Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Tolle Stimme. Und heiß her geht's momentan in der kleinen Gemeinde Steinbach am Attersee. Bei 34 Grad im Schatten wurde das neue Dorfzentrum eröffnet und dabei kamen Bürgermeister und Landeshauptmann ziemlich ins Schwitzen. Hier in strahlend weiß geht's jetzt auch weiter mit Style-Guru Adi Weiß. Er hat Österreichs Modemacher fest in der Hand. Doch was trägt der Style-Papst Adi Weiß genau da eigentlich sonst noch? In der Linzer Arcade hat er uns gezeigt, wovon er absolut nicht die Finger lassen kann. Ja, lieber Adi, du bist sogar ein großartiges G-Model und zum Weltkusstag gibt's für deine Spitzenleistung als G-Model auch einen riesen fetten Schmerz von mir. Und für Sie zu Hause gäbe es Einkaufs-Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen. Senden Sie einfach eine Mail an gewinnspiel-at-lt1.at und schreiben Sie uns, warum gerade Sie Shopping mit Genuss in der Linzer Arcade erleben wollen. Das Kennwort dazu lautet übrigens auch Shopping mit Genuss. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Starten Sie in ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.